Die Aloe Lotion von Forever ist eine feuchtigkeitsintensive Creme für jeden Hautzustand. Der hohe Aloe-Vere-Anteil von 67% füllt den hauteigenen Feuchtigkeitsspeicher wieder auf und verleiht ein Gefühl von angenehmer Frische. Andere wertvolle Bestandteile wie Jojobaöl, Aprikosenkernöl, Vitamin E, Kollagen und Elastin helfen besonders dabei, irritierte und empfindliche Haut zu beruhigen und zu pflegen. Die rückfettenden Eigenschaften der Aloe Lotion machen selbst trockene Haut wieder weich und geschmeidig. Und auch bei einer sehr stark beanspruchten Haut, wie zum Beispiel Neurodermitis, ist die Aloe Lotion von Forever eine wohltuende, pflegende Unterstützung. Die Lotion kann für die Hände, das Gesicht oder den ganzen Körper verwendet werden. Und das sowohl als Tages- wie auch als Nachtpflege. Sie zieht sehr schnell ein und hinterlässt keinen Fettfilm für spürbar glatte und elastische Haut. Für optimale Pflege und Schutz tragen Sie die Creme am besten auf die noch leicht feuchte Haut nach den Duschen oder der Sauna auf, denn dann werden die Pflegestoffe besonders gut aufgenommen und Ihre Haut wird es Ihnen danken. Durch den hohen Anteil an Aloe Vera ist die Creme auch wunderbar als After-Sun-Produkt zu empfehlen. Die leichte Textur macht Sie auch bei Männern und Kindern sehr beliebt und ist somit ein Produkt für die ganze Familie. Unsere Aloe Lotion wurde vom Institut Dermatest geprüft und hat das Testurteil sehr gut erhalten. Dies garantiert beste Hautverträglichkeit und höchste Qualität. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Wohlbefinden mit den Produkten von Forever. Wir sind die Aloe Vera Company. Unsere Aloe Vera. Bis zum nächsten Mal.